jaja leute und herz willkommen zu einer weiteren folge pfz jo wir spielen mal wieder hier auf der seite der pflanzen und ich design mir hier meine kleine süße feuerkacktee er ist wirklich schön bling bling warst du schon erster kehrt ruhig von hier ich hätte welche wissenschaftler was macht das chemiker schon hier im garten hier war drohnenanschlag ich habe auch schon zwei wiederbelebungen heute ganz soziale ader dumm schrumm habe ich den drohnenschlag sommis mit kartoffelminen und spieler mit drohnen mit drohne besiegen oh die haben designs angepasst die haben ein paar designs geändert von den pflanzen die du sparen kannst die karten sehen ein bisschen anders aus und wenn die pflanzen zieht was sie es 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 ich stelle einfach man hin hier es Alter. Was ist die Runde? Mir zwei Stück sind drin. Und wegen des Mock kann ich auch nichts gegen die machen. Oh, aber ich habe einen von denen gekält. Hm. So, ich habe noch 7 HP und bin eingefroren. Und jetzt schießen sie direkt von mir an den Baum und jetzt bin ich tot. Wir haben einen Teleporter, der ist recht. Warum stirbt der nicht, wer die Scheißmonster ist? Na, endlich. Oh, 6 HP, Alter. Jetzt wissen sie für mich. Boah. Wie lange nicht, Gott. Na, natürlich, wo die jetzt sind. Was war das jetzt? Z4. Z4. Ich habe einfach so 64 Leben nur noch einfach nicht um. Bummt tot. Z4 schießt mich durch eine Wand. Verhältst du ein. Lecker, will camp da, too? Aber ich kann den Dios. Wies. 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 und wenn ihm ist heute wieder ein bisschen wird schon wieder zu viel Ego Shooter gespielt das sind die Vorstellung der Scheiße da habe ich die Mausempfindigkeit einfach anders eingestellt bei der Ehe fieser Laser es gibt es doch nicht zu einer hinter mir alter nur schau uns Achtung links neben dir sind welche? Zwei äh eher zwei Einen habe ich aus der Luft geholt Einer ist oben Der wird glaube ich weggeholt Bäh Er lebt noch Jetzt ist er tot endlich Boah Da kommt so ein fixer mit Decken gespann wieder Ja aber jetzt sind noch wieder zwei weniger Das war ein bisschen übel jetzt Ich hab der Hippotus links Weil der hat einen Engierend Ja der nächste Engierend auch links Ja der letzte Stone Ich hab' das nicht mehr 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 Ja, so viele haben es am Teleporter. Machst du Teleporter? Hm, die waren den gerade. Ja, also baut gerade auf. Mit drei Leben und gegen... Boah. Ich hab ja auch keine halbe Armee irgendwie gefühlt, die auf mich schießt. Boah, Alter. Boah, Alter. Hör dich gerade waren, aber... Oh, ist schon tot. So, wieder direkt ins Getümmel reingesprungen. Das war wahrscheinlich auch wieder direkt mein Ende. Was war das jetzt? Ach, so, der eine wirft einen Megavon auf mich und der nächste Schießmeerfach hat children. Ah. Immer z4. ja, so schlimm ich denke zwar auch nicht, dass wir den Garten halten, aber noch ist er nicht verloren noch nicht wenn ich die Scheißdrohne mal von mir ablassen würde, ne? Nein, es kommt wieder eine Rakete ja das war's jetzt, denke ich Ziemlich zurück Lass mich nicht nur sterben Ich hab noch zwei Kills gemacht, drei Kills gemacht 4 Kills gemacht What? Ja, können wir alle reinlaufen Ja, und nebenbei auch noch die Leute erschossen Natürlich Fick dich doch, zivivivikser Oh, jetzt kommt einer wieder von anderen Seite Meine Frise Lass mich nicht mehr Ich habe kein Leben mehr, ich kann nicht verteidigen 3-0 Ich habe nicht die 3 einfach nicht mehr Ich habe kein Leben mehr, ich kann nicht verteidigen wenn wir nicht gesehen aber natürlich sind die alte Einschuss und sie den er hat seit vier macht richtig viel Schaden ja das ging schnell ja wenn die Zombies alle zusammen pushen haben wir keine Chance gegen aber lass ihn zumindest von links und rechts noch mit dem Feuer unterm Hintermassen du unterstützt dich ja jetzt werde ich auch nicht noch geballert von 2 24 Leute alter kein allem mit Z4 wie Warnus mit den Bettelschußen oh ja jetzt werde ich auch von Z4 ich habe mich jetzt auch 2 Z4 Leute ich glaube die spielen auch zusammen und diese Hubshold und diese aber ich habe beide getötet äh es sind Hubshold und Regaming 42 und das war eine diese Träger das ist glaube ich Neary Gaming 42 hat äh gar nicht die Waffe zerredet er hat Tarnranger aber Habs soll ja er hat mich gehabt geholt jetzt denn es ist nicht voll ein nicht meine Entfernung kriege man nicht ja Z4 Münster der Z4 der mich reinkündet ja ja drei Stück geht los oder was ein hin Wurden schnopi doch tut das ist schon wieder einer drin ich brauche das kaktus mich halt einfach nicht reinstellen das ist dämlich wenn ich mich rein stelle da bin ich schwächer ich bin auf distanz gut kommt schon wieder ein oister reingelaufen macht ihr recht schnell weg wenn ich sie treffen nach was muss ich habe irgendjemand in den garten reinstellen also kann halt eine person einnehmen das ist dämlich pur das ist dämlich pur jetzt kann man es einfach nicht überholen ja nitten von vorne an der seite machen uns beide eigentlich recht gut von den kürzer es sind auch immer noch zwei mann weniger wir waren einmal in die wandern wir waren einmal weniger aber jetzt wird zwar immer noch von schon mal zweimal weniger ja ich weiß aber inzwischen sollte eine eine weniger nur der folg alter hat schon wieder einer von der seite ist gibt es nicht übelst gut ja das ganze alle rein die nz 4s ficken einfach alles also nicht alle mit den rauchen luftschlag von dr sommboss und dann sehe ich wieder ein typ vom moment er hat sich das soll das nur wieder will immer nicht so lange gebraucht ja neuer wieder zwei trennen die kämpfen auch cool ich hab neun HP das hört sich auf einmal alles so dumpf an und jetzt krieg ich Schaden von hinten vom Rauch hab ich noch ein HP boah und ich werd geheilt Achtung, ist gut Deiner Ja Ich hab Nienchen gelegt Der ist direkt gestorben Und mir macht er, der Campner hat Angst Campner down Sorry, ich hab ne 5er killstreak Jetzt kommt der und hier und alles was 6er killstreak Oh fuck Jetzt bin ich tot Ah war ne 6er killstreak im Daten gemacht, das ist ganz gut Wir müssen den hiern scheiß Teleporter rapen Geht net, da sind einfach zu viele da Ja Das ist mit dem Drohne Ja, aber du bist auch geschockt und zu viele Leute Ich hab halt 1,4 oder ich Töte einfach die Leute, die da hinlaufen und immer von hinten weg Ah, Alter Ah, Alter, was teils kommt gerade, ey Das shit, ey Ich hab einfach schon 2 oder 3 von denen gekillt gehabt, jetzt er Am Weg dahin mit meiner Drohne Nein Das ist die Idee Bei den nächsten Erschossen, ich bin schon da Äußer von hinten Na, zu spät Soll mich täckelter Na, ich hab ihn trotzdem Hol dich Oh 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 Nein, Rauchwolken Oh Oh Alter Das ganze Garten ist und eine Riesenrauchwolke Ist einfach so Kannst aber die sich reinstellen, rüstig Oh, ich bin ja wieder besiegt einfach ballen gröb und weil es gibt das war so jetzt der erste wie der sich immer ein abdämpfer ich tötet der haupt soll und er hat auch nur eine 4 zu 5 gegen mich jetzt ein Kilwässer war auch das ist ja geschossen und sind geboten kommt der ich habe eine Eisfront gebohrt die schüt 2 So, jetzt dance ich auch, weil ich hab's heute getötet hab. Yeah, Groovy Movie Man, Groovy Movie Man. So, jetzt weißt du mal, wie das ist. Oh man, fuck jetzt. Das ist ja eine Drohne, ne? Nein! Da kam noch ein langer Pilon runter. So, jetzt möglichst schnell darüber kommen. Und verhindern, dass die einen Teleporter aufstellen. Guck mal, Leute, von rechts sehen. Nein, der scheiß Teleporter steht. Aber ich hab einen Meistern Schlag reingehaut. Aber wie viel hat er nicht gebracht? Alter, fünf abschüssig, oh Gott. Das ist die Feuerbälle. Nee, sechs abschüssig, ne? Ich hab' ne Zweier gerade. Zeug' ich ne Dreier. Achtung. Weil die ist ein Bischofler. Ja, zeug' ich ne Vierer. Au, jetzt tut's langsam weh. Ich hab' ne Vierer. Wir machen einen Echt- und Schau, jetzt hab' ich ne Vierer. Ich hab' 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 ne Vierer. Ja, achter. Oh, die Bohne war geil. Von Maika. Push'em. Ziemmerkens-Streak. Und... Yeah, man. Bam. Achter oder neuerkens-Streak. Richtig was, weiter. Da hüpfe ich. Achtung. Villa verteidigt. R15.000 Münzen ist dann schon ein nettes Angebot, würde ich sagen. 13.000 und 55. Ja, Gilmeister und Heilmeister? Ne. Es ist Heilung oder Wiederbelebung. Los. Meister der Wiederbelebung, okay, ich dachte schon. Du bist Abschlussmeister und Meister der Belebung. Aber ich dachte, ich bin Heilmeister. Naja. Sehr schön, bis jetzt ist es zu scherz. Ja, wieder nur Goldsachen und eine diamantene Brille für die Kaktele. Ich würde sagen, Leute, das passt dann mit allen Dingen auf. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Servus, ciao. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.